Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, in der letzten Folge haben wir Buzz Lightyear zu uns geholt und ihm bei einem, ja doch, großen Projekt geholfen. Das hat auch ziemlich lange gedauert. Und jetzt gehen wir wieder ins Reich und möchten Woody helfen. Der übrigens da oben steht, da müssen wir schon wieder hier hochlaufen. Woody, du bist aber ganz schön groß für ein Spielzeug. Okay, Gameplayerin, wenn wir Bonnys Farm wieder so aufbauen wollen, wie sie sie zurückgelassen hat, müssen wir zuerst ein Gehege bauen, in dem das ganze Vieh leben kann. Im Zimmer sind viele Materialien verstreut, die wir dafür verwenden können. Aber ich glaube nicht, dass wir hier alles finden werden, was wir brauchen. Mach dir keine Sorgen, ich habe Buzz auf eine Aufklärungsmission geschickt. Er wird uns helfen, alles zu finden. Klug mitgedacht, du erweist dich wirklich als nützlich. Wenn du so weitermachst, wirst du bestimmt bald eins von Bonnys Lieblingsspielzeugen sein. Ich bin kein Spielzeug, aber danke. Oh nein, nicht noch ein Spielzeug, das sich verleugnet. Okay, hör zu. Du bist... Äh, vergiss es. Sag mir einfach, was ich brauche, um Bonnys Farm zu reparieren. Naja, du kannst damit beginnen, einige der im Raum verstreuten Rohrreiniger und Eisstiele einzusammeln. Super, ich werde sie einsetzen. Oh, und pass auf, sie scheinen an einigen Süßigkeiten zu kleben. Also doch Süßigkeiten. Auf dem Boden liegt auch eine Menge Papier. Keine Sorge, meine bewährte Spitzhacke und Schaufel sollten alles schaffen. Ho, 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 ja. Toll, wenn du alles hast, bring es mir. In der Zwischenzeit werde ich versuchen herauszufinden, wie ich alles zusammensetzen kann. Großartig. Ja, großartig. Noch großartiger hätte ich es gefunden, wenn du jetzt deine Originalstimme gehabt hast. Aber okay. Ähm, Moment. Ich muss das jetzt mit der Spitzhacke bearbeiten, oder was? Äh. Was hatte sie jetzt gesagt? Spitzhacke und... Was war denn das andere? Moment. Ach, Schaufel. Ah. Okay. Okay. Schaufel. Also, die Dinger schaufeln. So. Das lag hier meines Wissens nach vorher noch nicht, aber ich habe ja auch wieder mal nicht alles so im Kopf, was da jetzt war und was da jetzt nicht war oder was vielleicht noch umgestellt wurde oder keine Ahnung. Da hinten ist noch eins, das können wir direkt schon mal mitnehmen. Aber irgendwas mussten wir auch mit der Spitzhacke machen. Also, da kann ich mich noch dran erinnern. Ach, da sind die Süßigkeiten, oder? Ja. Verstehe. Okay. Haben wir davon... Ja, hier vorne ist noch was. So, dann nehmen wir das noch. So. Jetzt ist die Frage... Ich weiß jetzt nicht, ob ich da hinten auch was davon gesehen hatte. Hier haben wir auf jeden Fall noch was. Dann... Ja, der ist jetzt genommen. Man sieht hier überhaupt nichts. Okay. Da haben wir das letzte davon. Eins haben wir noch hier. Die Frage ist, wo ist jetzt das letzte von dem? Also, ich nehme mal an, dass das alles unten auf dem Boden ist, aber es kann natürlich trotzdem auch mal sein, dass irgendwas oben ist. Kann auch sein, dass ich da am Anfang dran vorbeigelaufen bin, weil ich nicht wusste. Ah, ja, ja, ja. Ich wusste es. Okay. Okay. Dann haben wir alles. So. Ich finde das hier immer noch total niedlich, wie das hier aussieht, ne? Bitteschön. Das sieht großartig aus. Danke, dass du das alles hinbekommen hast. Aber wir brauchen noch ein paar Dinge, um Bonnys Farm wieder aufzubauen. Was brauchen wir? Naja, Bonnie hat diese riesigen gelben Gänseblümchen über die Farm gemalt. Überlass die einfach mir. Ich werde gelbe Gänseblümchen in meinem Dorf finden. Klingt gut, Partnerin. Oh, aber wir brauchen auch etwas, das alles zusammenhält. Hm, Kaugummi, Schnur, Kleber. Ich sag mal Kaugummi. Das könnte funktionieren, aber Bonnie kaut keinen Kaugummi. Also bezweifle ich, dass wir einen finden würden. Moment, sagtest du nicht, du hättest Buzz auf eine Aufklärungsmission geschickt? Vielleicht hat er etwas gefunden, das wir verwenden können. Gute Idee. Ich spreche mit Buzz in meinem Dorf. Gut, bring dann alles zu mir und ich fange an, es zusammenzustellen. Auf Wiedersehen. Bis bald. Ja, das machen wir. Nur zwei gelbe Gänseblümchen. Das ist schon mal positiv. Dann brauche ich wenigstens nicht so viele jetzt noch zu farmen oder so. Wobei gelbe Gänseblümchen, könnte sogar sein, dass wir gar nicht so viele von haben. Weil, ich weiß nicht, ob das die Gänseblümchen waren. Irgendwas mit einer speziellen Farbe, da kann ich mich noch daran erinnern. Und dass das nicht so einfach zu farmen war. Jetzt habe ich doch ein bisschen Bedenken hier. Ja, schauen wir mal nach. Äh, Löwenzahn. Ah, gelbes Gänseblümchen. Okay, ja. Schauen wir mal nach. Genau, hier steht zwar groß noch drin, dass es sich darum handelt, aber okay. Äh, ja, 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 ja. Okay, so. Dann haben wir einmal die Gänseblümchen und ich muss mit Bass sprechen. Den muss ich natürlich erst mal suchen. Aber dazu muss ich erst mal aus dem Haus heraus. So, wo ist er denn auf Mission? Ach, hier unten. Ach, gucke mal. Gut, dass man das hat, weil der ist so klein. Ich glaube, ich würde dann dem vorbei rennen. Ja gut, wenn das Blaue da ist, vielleicht nicht. Was macht der denn jetzt hier mit Maui? Sei gegrüßt. Ich bin Boss Lightyear. Gameplayerin. Wie läuft die Mission? Kannst du mal die Klappe halten, wenn ich mich hier unterhalte? Wir haben jetzt fast alles, außer etwas, das Bonn das Fahnen zusammenhält. Kein Grund zur Sorge. Bei einer Erkundung des Tals habe ich genau das Richtige gefunden. Es ist ein extrem leistungsstarker Haftgeber. Laut Verpackung ist es stark genug, um einen zerbrochenen Hammer zu reparieren. Wir wissen ja, wie viel die aushalten können. Wahnsinn. Ich wusste nicht, dass wir so etwas in Dreamlight Valley haben. Zeig mal. Ja. Hier. Oh. Gute Arbeit, Space Ranger. Ich mache alles, um Bonny zu helfen. Ich bedanke mich für die Hilfe. Ja, ich bedanke mich auch, ne? Dann müssen wir wieder zurück. Achso, wir können das doch abkürzen, ne? Oder wie war das? Toy Story, genau. So. Wally. Wally. Wie der sich mal freut. Das sieht irgendwie ein bisschen bekloppt aus. Danke für das Vorbeikommen. Gut gemacht, Partnerin. Diese riesigen gelben Gänseblümchen werden Bonnys Fahnen den letzten Schliff geben. Hey, es sieht so aus, als ob Bass uns geholfen hat. Mit diesem Kleber sollte es klappen. Endlich. Äh, eigentlich ist es ein Haftkleber. Sehr futuristisch. Hey, du klingst wie Bass, als ich ihn kennengelernt habe. Naja, es sieht so aus, als hätten wir jetzt alles. Jetzt sollten wir versuchen, alles zusammenzubauen. Ich treffe dich unten neben dem Bett, wenn alles aufgebaut ist. Das war doch jetzt ein schönes Bild fürs Cover. Hoi, Junge, bin ich froh, dich zu sehen. Würdest du dir das mal ansehen? Bonnys Farm sieht toll aus. Sie sieht so hübsch, nee, genau aus wie auf den Zeichnungen von Bonny. Nee, so hübsch, sagen wir mal. Die Gänseblümchen sind wirklich eine nette Idee. Ich zieh meinen Hut vor dir. Ach, da oben sind die. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft, Gameplayerin. Jetzt bleibt nur noch eine Sache zu tun. Als Bonnys Bauernhof umgeworfen wurde, wurden all ihre Origami-Tiere im Zimmer verstreut. Wir müssen das Zimmer durchsuchen und sie zusammen. Zusammen treiben. Danke. Zusammen treiben vor allen Dingen. Okay. Muss ich nochmal mit dir reden? Hallo, Partner. Hallihallo, Partnerin. Ja. Ja, das weiß ich. Ah, jetzt können wir endlich. Okay. Hat nur ein bisschen rumgepackt. Okay. Zusammentreiben meint er aber nur einsammeln mit. Okay. Ich dachte schon, dass ich das jetzt hier irgendwie, dass ich jetzt hier in der Gegend herumlaufen muss und, äh, ja. Ne? Da ist auch nochmal ein Elefant. So. Zwei fehlen aber noch. Hier waren, glaube ich, keine drin, aber ich höre irgendwas. Ach, das ist auch ein Origami. Ah, okay. Das heißt aber, obwohl, ne, das eine war ja ein Stern, was ich eben gesehen hatte. Ich denke immer, dass dahinter was versteckt ist. Meistens sind die Spielemacher ja so gemein und machen irgendwas ganz hinten in die Ecken rein. Da sehe ich jetzt aber nichts mehr. Ach, du bist auch Origami. Ah, okay. Dann hatte ich recht, dass wir auch noch Pinguin und so weiter, dass wir das alles noch einsammeln müssen. Bitteschön. Gut gemacht, Gameplayerin. Ich werde sie auf Bonnys Farm aufstellen. Hey, Hody. Hey, die Farm sieht noch besser aus als bevor Bonny ging. Sie wird sehr glücklich sein. Ich kann dir gar nicht genug danken, Partnerin. Du weißt wirklich, was es heißt, ein Spielzeug zu sein. Eigentlich nicht. Woody, du verbringst so viel Zeit damit, andere glücklich zu machen. Warum nimmst du denn nicht einen kleinen Urlaub und kommst in mein Dorf? Was wartet schon auf dich? Dein Dorf? Wo ist das? Es ist ein Ort namens Dreamlight Valley. Ähm. An dem Spielzeuge nie verloren gehen. Wow, das klingt ziemlich unglaublich. Da Bonny und ihre Familie noch nicht von ihrer Reise zurück sind, könnte ich wohl auf einen Besuch kommen. Es gibt hier nicht viel für mich zu tun, bis sie zurück sind. Großartig. Ich richte im Dorf einen Platz für dich ein. Ach, noch einen? Okay. Danke. Ja, gerne. Jetzt möchte ich hier aber mal... Ach, das ist so klasse. Moment, können wir das irgendwie hinkriegen, dass wir... Ja, da stehe ich dann nur so blöd davor. Ach nee, man kann mal das bewegen, okay. So, so. Und dann ein bisschen so drehen. Na, lach nochmal. Freu dich nochmal darüber, was wir gemacht haben. Na, komm. Ja, in die Kamera rein. Und jetzt nochmal freuen. Ah, ich glaube, sie tut mir den Gefallen nicht mehr. Na, machen wir das einfach so. So guckt sie zumindest in die Kamera rein. Was soll's. Okay. So, ist doch ein cooles Ding, was wir da gemacht haben, würde ich sagen. Dann können wir jetzt mit ruhigem Gewissen noch wieder zurück. Ach, ich liebe dieses Spiel einfach. Ich kann nicht sagen, wie sehr. Ähm, platziere Woody's Karussell im Dreamlight Valley. Ein Karussell? Vielleicht hier unter dem Baum oder so? Ich weiß es nicht. Mal gucken, wie groß das ist. Ja, lord. Das sag ich jetzt nicht. Ei, 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 ei. Moment, da müssen wir erstmal da unten was wegmachen. Was ist denn das? Wieso habe ich jetzt überhaupt die Kamera hier drin? Ähm. Ach, toll. Euer Ernst. Na gut. Machen wir es so. Ähm. Ach so, wenn ich das aber davor stelle, komme ich da nicht mehr so richtig dran. Langsam wird's eng hier in Dreamlight Valley. Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß auch nicht, ob wir die jetzt hier auf der Wiese hinstellen sollten. Oder vielleicht in den Wald der Tapferkeit. Da würde das natürlich auch ganz gut reinpassen. Ähm. Oder Lichtung des Vertrauens. Das wäre natürlich auch noch. Hm. Also ich versuche es jetzt erstmal hier hinzustellen. Ich muss mal gucken, wo ich das dann letztendlich wirklich reinmache. Aber das ist blöd, dass dann... Ah, das ist so... Oder ich muss es wirklich hier hinstellen. Ja, Moment. Ich mach das... Ich mach das anders. Ähm. Das nehmen wir natürlich erstmal... Erstmal weg hier. Donald, geh mir jetzt bitte nicht auf die Nerven gerade. So. Jetzt muss das aber auch so riesig sein. Ach, jetzt hat man hier überhaupt gar keinen Einblick. Wo das jetzt ist. So. Kommt, wenn da jetzt was hinterliegt, dann... Oder wir machen es hier direkt dran. Das ist auch doof. Aber kann man machen. Machen wir es einfach so. Das ist ja jetzt erstmal nur für den Übergang. Also ich hab keine Ahnung. Gucki freut sich bestimmt, wenn hier so ein Karussell ist, was sich vielleicht noch den ganzen Tag lang dreht. Du willst also im Dorf ein Zuhause für den kleinen Sheriff mit der Zugschnur bauen? Ei, ich glaube, ich erinnere mich an ihn. Ich habe genau das Richtige auf Lager. Es ist ein altes Karussell. Vor dem Vergessen hat Merlin Woody geholfen, indem er es mit allerlei Verzauberungen versehen hat. Das klingt perfekt. Ach, aber ich fürchte, es ist nicht mehr so ein Hingucker, wie es einmal war. Es wurde stark beschädigt. Es wird einiges an Arbeit nötig sein, um es wieder herzustellen. Mit all den Verzauberungen. Nun, ich wüsste nicht, wo ich anfangen sollte. Hol es einfach aus dem Lager und ich erledige den Rest. Sicherlich. Es wird natürlich eine kleine Verwaltungsgebühr fällig. Zehntausend, also klein, ne? Mal ran hier. Gut, es wird eine Menge Spucke und Politur brauchen, aber keine Sorge, ich verspreche dir, du wirst die Investitionen nicht bereuen. Wenn du es erst einmal repariert hast, wirst du sehen, es hat etwas Magisches an sich. Ach, du Schande. Okay. Den soll ich willkommen heißen, wenn noch gar nicht alles hier erledigt ist. Na gut. Jetzt geht das wieder los. Ja, nicht ganz so. So, jetzt nochmal. Ja, Mädel, ganz ehrlich. So geht's auch. Komm, nimm mal das. Hier drüben, ich brauche Hilfe. Danke fürs Vorbeikommen. Na, sieh mal einer an. Das ist so ziemlich der schnellste Wachstumsschub, den ich je gesehen habe. Ich glaube, dieser Ort ist genauso magisch, wie du gesagt hast. Hm, weißt du, es ist komisch. Jetzt, wo ich dich so viel größer sehe, kommst du mir irgendwie bekannt vor, Partnerin. Das ist nicht das erste Mal, dass du in Dreamlight Valley bist. Oder, dass wir uns zum ersten Mal treffen. Alles ist ein bisschen nebulös, aber ich habe hier viel Zeit verbracht, oder? Vor langer Zeit. Vor dem, vor, vor dem Vergessen. Keine Sorge, deine Erinnerungen werden mit der Zeit zurückkommen. Und du, nun, du warst damals noch ein Kind, oder? Jetzt bist du wohl erwachsen, was? Danke, dass du so ein tolles Kind warst. Weißt du, ich bin noch nie dazu gekommen, das jemandem direkt zu sagen. Danke, dass du mein Spielzeug bist, Wally. Aha. Hey, ich habe nur meine Arbeit gemacht. Nun, ich denke, ich sollte mich ein wenig umsehen. Mal sehen, ob ich den Leuten hier helfen kann, wenn ich schon mal hier bin. Hier gibt es eine Menge zu tun. Ich wette, das ist der Fall. Vielleicht könnte ich ein Kumpelsystem aufbauen, um sicherzustellen, dass niemand verloren geht. Oder ein Treffen zur Sensibilisierung für Kunststoffkorrosion abhalten. Bitte was? Ich wette, dass einige Leute an die Gefahren durch Lüftungsschlitze und Gitter erinnert werden sollten. Weißt du, ich glaube, ich werde diesen Ort mögen. So muss es sich anfühlen, wenn jemand einen Haufen seiner alten Lieblingsspielzeuge auf dem Dachboden findet. Wow. Ja, und da die Aufnahme doch sehr, sehr lange geworden ist, habe ich hier erstmal einen kleinen Cut gemacht. Und den Rest sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Und du darfst mich natürlich auch gerne abonnieren, wenn du mehr sehen möchtest.